Ja, der ist schon angebrannt und spielt noch mit dem Feuer, Alter. Ach ja. Alles zack. Wurzflug. Ja, vom feinsten. Ich hab aber zu früh gezündet. Du bist der Spätzünder, Gefrühzünder. Nee. Ach so. Geil. Ich bin nicht genau richtig Zünder, aber jetzt nicht. Ich hab die Pistole. So, wir sind vorbereitet. Auf ins Birnenlager, in der Birnenfabrik. Ich glaub, das ist die Pistole, Geil. Ach so. Ja, es wird gehen. Soll ich dir ein Dings geben? Ja. Ach, hier unten. Oder so welche. Donatello, Junge. Ist in die Knie gegangen, erbarmungslos. Wurde hin? Es ist komplett weg. Hatten die nichts? Nee, bloß ein paar Goldbahnen. Ach so. Und nicht Matthias. Hab ich ihn gemacht. Da. Alter, hat der mir zugesetzt. Alter Schwede. Ja, ja, ja. Achso. Können wir schütteln. Nee, du machst das. Ich heb meinen auf. Du, da liegt ein Stryker hinter dir. Ja, die nehmen wir doch gerne mit. Finger weg hier. Lasterkanaden nehmen. Achso, nee, warte, das wollte ich ja mitnehmen. Das ist ja sicher halt. Tote braucht nicht. Okay. Mein Rechner schafft es nicht, Albers. Ist das ein Power-Spiel? Da ruckt es und zuckt es jedes Mal. Hm. Liegt noch ein Schnitter? Äh, will ich nicht. Mit großem Scroof? Nö, lass mal. Okay. Wie kommt's? Wie kommt's? Was ist das immer so farbenmatt? Nö, ist dreigereicht. Die schießt langsam, finde ich. Das ist ja so. Wo ist der Kopfgeld eigentlich hier? Äh. Warte. Ah, wir fahren in der Stadt oder so, hä? Ja. Wir fahren jetzt hier oder hier unten irgendwo. Beim Klauen. Hm. Da haben jeder eine Kiste. Aha. Ja. Oh, ein Waffenkoffer. Hier ist das Schild. Oh, ich will kein Schild mehr. Das Schild hab ich. Hast du schon? Ja, ja. Du hast es gesehen. Du kommst doch überall hoch damit. Hm. Ich nicht. Bin nicht hochgekommen, weil ich zu blöder war. Weil die geschild hat. Das hochrennen oder? Doch, doch. Das Schild. Ich wollte hoch. Aber hat nichts gemacht bei mir? Ich hab's nicht geschissen gekriegt. Ich drück mal rennen und ganz schnell rutschen drücken. Dann geht das. Irgendwie. Hier muss ja irgendwo sein. Ja, ja. Da ist ja oben. Da ist doch ein Ende naht. Ja. Wo ist denn der? Mal gucken. Boah, Alter. Übel. Jetzt ist er wieder hier. Aber wie schnell ist er denn irgendwo anders? Das verstehe ich auch mal nicht. Die dumme Anzeige. Ja. Die stimmen da hinten schon vorne nicht. Da vorne auf der Brüggeränder. Zwei Ränder. Fahr vorbei. Ich hau Pample hin. Okay. Nee. Das ist mit uns. Kollegen. Die ist vollführende Zemuchta. Alter. Du zweier. Ich zweier. Ein Kenner war dabei. War er dabei? Oh ja. Weiss ich nicht. Ich hab's verschreckt nicht mitgekriegt. Aber die Aufforderung ist weg. Ich hab auch nicht guter gekriegt. Ja, der wird schnell dabei gewesen sein. Denke schon. Das Ding ist ja weg. Ja. Ja. Oh, da kommt ein Kälberidiot. Wir fahren anders. Boah. Alter. Aber wir haben keinen Vorderreifen mehr. Achso, ja. Wir fahren zur Felge. Alter. Ich kann mir nur mit Gewicht ausgleichen. Da muss noch eine Acht sein. Mindestens eine. Wollen wir hier nicht mal rein gucken? Alter, das ist ein Mordbett, Junge. Oh, ich weiß nicht. Das ist ein Mordbett. Alter, das ist ein Mordbett. Das ist ein Mordbett. Oh, ich schaffe auf Dirk. ich habe ein kleines mein dreieckiges oder das ist okay ja total ist total ja wieso ist die auch kaputt haben die uns platten geschossen oder was nichts haben sie getroffen außer das moped alter ich war völlig unversehrt ich habe nachgedacht wurde in ruhe ich bin abgerutscht ich gehe wieder hoch müssen uns ein neues gefährt suchen hier guck dir das an alter kein reich nützt ja nicht aber muss man nur abgefahren in die falsche richtung der kälber macht ja bestimmt dass das fass auf wir müssen schnell weg warte aus geht ja das wasser ist auch geil weil du klein ist praktisch nur noch drüber ja von bahnbahnbahnbahn unsere karte jetzt hier ja da ist noch immer ok wir treffen uns in der garage wie sie ich danke noch mal schnell ach ja das ist ja meine ja ich wollte kassler auch ein geilen sound aus ist ja ja doch kein sein da um kalt war unsere karte hat gebrannt da ist auch noch mal eine gegeben Die Glamm. Übel, fang gut, die rauskommen aus dem Kofferraum. Ey, hier vorne, warte. Ach nee, es war Schatten, oder? Ja, es war Schatten. Und hier ist ein komisches Zeug, was hier rumfliegt. Hä, wo? Ach, da hinten ist meine Markierung. Ich bin zu deiner gefahren. Ach so. Hm. Alter. Da hat sich wieder rappelt. Wo war denn jetzt? Hier hat doch irgendwo einer so eine blaue Säule, habe ich gesehen. Wann, fahr doch mal hier hoch. Hier unten ist er noch hier unten. Was ist das? Ach nee, das ist... Was, die kehrt hier? Ja, aber jetzt... Geburtsfrau. Die arbeitet hier. So, rechts haben wir uns mal einen Schüssel. Ja, habe ich gesehen. Sprit ist gleich alle, aber... Na ja, ein bisschen haben wir noch. Halt an! Ey, wieso rollt denn der hier runter? Handbremse... Handbremse... Ich bremse doch! Alter! Er rutscht... Ich fahr vorwärts, Alter! Nein! Nein! Was ist denn das? Aber richtig, Alter! Oh, hier wird geschossen hier drüben. Ja. Der gelbe... Oh! Hier hinten, hier vorne! Ja! Ich habe da gerade einen mit Schild gesehen. Steht das Schild dort oder sitzt da einer da hinten? Steht dort! Nee, nee, das steht. Was? Jetzt kam was an. Hä? Irgendwas hat hier gefitscht. Ah, hier wird geschossen. Hier drüben bleiben. Oh, ich sehe sie hier. Oh, da drüben rennt er. Mist, scheiß Zug! Verpiss dich, Alter! Schnell drüberspringen. Der gelbe ist auch noch da. Ja. Oh, geil. Da hinten ist auch noch einer. Ja, da sind zwei noch. Den hat er vor ein Schild gekriegt. Okay. Oh, hier unten. Oh! Hier rennt einer ein Berg hoch. Der hat mir mein Dings geklaut. Mein Schild. Alter, komm, wir gehen ein bisschen zurück. Taktischer Rückzug. Hm. Das ist immer am besten. Hm. Ah, hier ist ein Moped, Alter. Geil. Ja, gut. Oh, der hat mir den Schild geklaut da hinten. Das dumme Schwein. Oh, die Waffe liegt noch da. Aber wir haben ja halbwegs gute. Episch habe ich Sturmgewehr. Hm. Was ist das für noch hier unten? Irgendwo. Lappen. Da unten ist er am Wasser. Ah, ja. Getroffen? Okay. Das ist ja ein Schild, muss er auch mal aufladen. Hinter dem Stein ist er. Da unten. Da ist er. Da war er. Link kam er. Da ist er wieder. Springt rüber zum Loot. Rennt einen Berg hoch. Oh, jetzt müssen sie aber. Jetzt kommt die Zone, Alter. Mit Inbrunst. Oh, hinläuft, hinläuft. Mann, was ist denn nur mit diesem Sniper los? Genau, links. Jetzt müssen wir hier aufpassen, weil die sind ja jetzt rübergekommen. Ja, ja. Da unten ist er. Oh, was ist denn da unten? Hä? Da ist doch irgendwas da unten. Ach, ein Gefützturm. Hier, rechts wird geschossen, aber. Ja, ja, der Gefützturm steht da unten. Ah, okay. Oh, da hält ja was aus. Oh, hier, hinter. Von links nach rechts. Oh, hier weiß immer gut und unsichtbar fast. Ja. Finde ich. Ja, also richtig geil getramt irgendwie. Wie für uns gemacht. Ja. Immer in Bewegung bleiben. Ey, hier hinter uns. Ja, ja, die sind doch hinten noch. Hier unten ist irgendwas. Ja. Oh, ja, hier vorne an der Brücke. Hat eine kassiert vom Feinsten. Die hat aber hier rüber geschossen. Hm. Wollen wir mal hingucken? Die Zellen. Nee, nee, lassen wir uns mal hier. Okay. Denken wir hier nochmal ganz gut. Die sehen uns hier auch schlecht. Aha. Oh, da kappelt was am Berg. Die ist auch da. Ich guck mal kurz hinbleiben. Die rennt hoch. Nee, bleib hier. Du stirbst. Nee, die sind doch. Du gibst gerne eine gute Deckung auf. Nee, ich komm mit dran. Nach vorne ist einer. Da. Da oben sind sie auch. Die eine ist Muus. Ja, wo sind sie jetzt? Tja. Wir müssen aber... Achso, wir müssen ja eh hier hin. Ah ja. Oh, das könnte unsere Runde werden, bleib. Wir müssen mit Verstand spielen. Hm. Wir haben halt keine gute Tandung mehr. Da drüben sind sie, bleib. Au. Hat eine kassiert. Ach, die müssen ja rüberkommen, oder? Ja, die müssen rüberkommen. Die Kaffer. Ja, ja. Die Zone ist gegen sie. Jetzt müsste sie die Zone... Treibt sie jetzt raus. Uns auch. Aber auch. Oh, die haben ein Auto. Oh, hier ist was. Alter, hat der mir's gegeben. Nimm dir sein Schild bei. Das müssen wir mal schaffen. Die kommen. Oder fahren sie. Ja. Irrisch. Sind die letzten... Einer ist es bloß noch. Oh, ja. Wir müssen mitlaufen. Ja. Was? Geil! Geil! Juhu! Yes. Oh, endlich mal wieder. Oh. Es war so einfach, ey. Das haben wir auch gut gespielt, muss ich sagen. Ja, richtig geil, also. Hat aber alles gepasst. Genau so. Hm. So haut das hin. Schönes Ding. Boah. Das hätte ich gerne erschossen. Ich auch. Hat er aufgegeben, oder was? Keine Ahnung, da ist er in die Zone reingefahren. Zu schnell wahrscheinlich. Hm. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch immer.